Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Scratch-Screencast vom Wiener Bildungsserver. Heute möchten wir ganz kurz die Blöcke erklären und unser erstes kleines Programm schreiben. Dazu gehen wir auf die Scratch-Homepage und melden uns an. Wer noch nicht registriert hat, einfach den vorigen Screencast ansehen. So, hier gehen wir auf Entwickeln und schon sind wir bei der Scratch-Programmieroberfläche. Kurz zur Erklärung, hier finden Sie die Blöcke und die Kategorien der Blöcke. Hier ist Ihre Programmierumgebung und hier rechts sehen Sie, was Sie programmiert haben. Hier unten sind Ihre Figuren und hier rechts die Bühnenbilder. Zuallererst zu den Blöcken. Es ist in unterschiedliche Kategorien unterteilt. Die erste ist Bewegung und wenn Sie einen Block ausprobieren möchten, klicken Sie ihn an, ziehen Sie in die Programmierumgebung und dort einfach nochmal anklicken, bis er leuchtet. Und dann sehen Sie hier, die Katze bewegt sich. Sie führt den Befehl aus, den Sie hier anklicken. So kann man jeden Block einfach ausprobieren. Also wenn man nicht sicher ist, was er macht, einfach hereinziehen, vielleicht auch da drinnen herumklicken und testen. Das geht genauso bei der nächsten Kategorie, Aussehen. Hier möchte ich noch dazu sagen, weil es gut dazu passt, gibt es die Kostüme. Dazu einfach hier heroben herklicken. Und hier sehen Sie die Kostüme. Das sind die beiden, die schon mitgeliefert werden. Sie können sie auch verändern. Das sind Vektorgrafiken. Es ist ein bisschen kompliziert, also damit werden wir uns in einem anderen Screencast auseinandersetzen. Aber die einfachen Dinge, zum Beispiel einfach mal den Kopf in die andere Richtung schauen lassen, kann man hier schon testen. Wieder zurück. Dann geht es weiter zum Klang. Es gibt Klänge, die werden einfach mitgeliefert. Und es gibt aber auch die Möglichkeit, wieder hier hinauf neben den Kostümen, selbst einen Klang aufzunehmen oder den vorhandenen zuzuschneiden. Wenn ich jetzt einen Klang selbst aufnehmen möchte, gehe ich hier herunter, auf den Button Klang wählen. Hier wäre ich in der Klangbibliothek und hier kann ich mir selbst einen Klang aufnehmen. Sie müssen hier mit einem Eingabegerät arbeiten und können dann einfach aufnehmen. Hier gibt es noch die Möglichkeit, sich einen Überraschungsklang schicken zu lassen. Sehr überraschend. Oder einen Klang hochzuladen. Wir gehen wieder zurück zu den Skripten. Ich werde jetzt, damit wir die Katze wieder besser sehen, sie in die Mitte der Bühne rücken. Dann drehe ich sie gerade, indem ich einfach hier die Gradrichtung ändere. Und dann räume ich mal die Entwicklungsumgebung auf. Das mache ich hier, indem ich die sieben Blöcke einfach lösche. Gut, wir kommen jetzt zu den Ereignisblöcken. Hier Link ist in der Bibliothek. Und damit starte ich ein Programm. Das heißt, ich suche mir hier einfach raus, mit was ich mein Programm gestartet haben möchte. Vielleicht mit der grünen Flagge. Vielleicht wenn eine Taste gedrückt wird. Oder wenn die Figur angeklickt wird. Alles Möglichkeiten. Und dann gebe ich einfach eine Anweisung, wie zum Beispiel, gehe 10er Schritte, gehe zur Zufallsposition und ändere den Farbeffekt. Wenn ich jetzt die grüne Flagge anklicke, dann wird das Programm Schritt für Schritt ausgeführt. Das heißt, ein 10er Schritt, Zufallsposition, Farbe wird geändert. Ich kann hier auch einiges ändern. Ich kann zum Beispiel mehr Schritte machen lassen. Die Katze zum Mauszeiger gehen lassen und den Farbeffekt um 100 ändern. Wieder zurück in die Mitte mit der Katze. Und nun gehen wir weiter zur Steuerung. Es ist natürlich schon spannend, einen Programmschritt für Schritt abarbeiten zu lassen. Aber wir haben ja hier auch noch Steuerungsschleifen. Das heißt, ich kann das Ganze auch eine bestimmte Anzahl von Malen wiederholen lassen. Oder auch für immer wiederholen lassen. Wir schauen uns einfach mal an, was da passiert. Jetzt funktioniert das mit dem Mauszeiger besser. Und das Farbeändern hüpft sehr schnell hin und her. Ich kann auch eine Bedingung einsetzen. Das hier wäre eine Bedingung. Diese Bedingungen finde ich hier in der Bibliothek unter Fühlen. Und zwar zum Beispiel wird der Mauszeiger berührt. Dann gehe 100 Schritte und ändere den Farbeffekt um 10. Wenn ich das jetzt wieder in die Fortlaufenschleife hineinziehe, dann wird das einfach die ganze Zeit überprüft. Und das Kommando wird nur ausgeführt, wenn die Bedingung erfüllt wird. Solange ich mit dem Mauszeiger nicht in der Nähe der Katze bin, passiert nichts. Immer wenn ich näher komme, wird die Anweisung ausgeführt. Das sind also zum Beispiel die Fühlblöcke. Wir haben hier auch noch Operatoren. Das heißt, ich kann die Bedingung ergänzen, indem ich hier noch extra Werte eingebe. Als Beispiel, falls der Mauszeiger berührt wird oder wieder zurück zum Fühlen. Ich nehme hier wieder den ersten Block oder falls der Rand berührt wird. Sie sehen, ich drücke mal auf Stop, damit wir das von Anfang an beobachten können. Ich drücke die grüne Flagge, berührt weder den Rand noch den Mauszeiger. Jetzt den Mauszeiger und Sie sehen es hier ganz klein. Jetzt wird einfach dauernd die Farbe gewechselt, denn Schritte kann er aus dem Bild nicht gehen. Das waren also die Operatoren. Wir haben dann noch Variablen. Um die kümmern wir uns dann in einem extra Screencast. Da wird es dann schon ein bisschen komplizierter. Damit verabschiede ich mich. Ich hoffe, Sie haben Lust darauf bekommen, Scratch einfach auszuprobieren. Klicken Sie sich durch. Spielen Sie sich mit der Katze oder den anderen Figuren. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und hoffe, Sie hören mich beim nächsten Mal. Bis bald! , bis bald! Untertitelung des ZDF, 2020